Das ist richtig. Einfach um die Ecke hier rum. Da ist halt wohl dieses Wasser, dieses Kreuz da. Schließt euch mal alle mal den Überfall an. Tut mal was Konstruktives. Ich glaube, wir stehen direkt davor sogar. Juhu. Was? Fehler? Ungültiger Parameter? Das war doch hier, ne? Ja, das muss sie hier sein. Ja, ich nehme meinen Besser drauf. Mein Schwert meine ich. Der himmlische Platz. Der himmlische Platz. Nein, nicht da vorne. Wie viel ist direkt ein? Durch die Treppe. Ich wollte einfach mal da runter gucken. Ja, dann. Guck mal, wie der hinterherläuft. Dann gehen wir der mal besuchen, ja. Ja. Was ist da, Hexenkönigin? Fehler, ungültiger Parameter. Da ist irgendwas in einem Befehl falsch. Oder in einem... Äh, falsch rum. Seid ihr alle da? In einem, ähm... Okay, dann warten wir, bevor die Tore zugehen. Papa lädt auch noch. Das steht auch noch da unten. Ich bin schon da. Aber am Montmen lädt es noch. Das war noch ein Moment, warten, bevor wir da oben eintreten. Mach die alte Konsole, oder? Ja, nun. Ist eben so. Guck mal, wie schön das aussieht. War das immer so imposant? Ja. Das war immer so. Sagen wir es, das letzte Stück gedauert länger als alles andere. Ja, hast du manchmal. Ja, wo bist du denn hin? Wollte eigentlich nicht stimmen, oder? Was ist denn? Oh, was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann lasst uns die mal besiegen. Moral? Hm? Hinein! In die gute Stube. Onkel Lothar. Genau, da kommen wir erst, diese großen Viecher. Jetzt kommen ja diese Strahlen. Du musst heute aufpassen, ja? Ja, erst Pappnase, dann Strahlen. Wo similar. Ich weiß nicht, wie Sie Study. Nee, ja. Böse! Er kommt. Ah, ich spawnte in der Mitte. Ja. War das nicht viel? Da ist er ja schon. Hat sie mich von hinten gekriegt. Die dumme Nuss. Hätte ich dann vorher sagen können. Das ist der Tod. Dann nimmt man die Throne. Krönchen. So, hier war der Orguladen noch. Ja, hier der Throne. Throne, Throne, Throne. Siehste, da ist die Limonade. Limonade? Ja, Limonade. Oh Mann, Rüstung. Furchtbar. Hast du auch, Papa, da oben gelesen? Mondman? Ja. Gut. Ja. Machst du den Lautsprecher aus? Ach so. Das wird. Ja. Ja, schön. Feili. Wolltest du die Krone nicht? Ich? Weiß nicht. Hast du eh nur zum Ende machen oder nicht? Ja. Kannst du nicht anziehen, ne? Nee. Kannst du nicht anziehen, brauchst du nur zum Ende machen. Ende machen. Zum Ende machen. Mit dem Krönchen machst du Ende. Da, mit diesem Krönchen. Da. Warte denn? Machst du Ende. Und den Schlüssel brauchst du für das Quartier in Sempamero. Das weiß ich. Das statt. Da bin ich mal gespannt, ob sie da auch was dann verändert haben. Ja. Damals bin ich in der Hexe auch zu sehen reingelaufen. Dass ich in der Neuhorch gekommen bin. Ohne Vorbereitung. Ganz alleine. Ohne Sklaven oder so. Jetzt darf ich dich alleine geschafft. Guck mal, Papa hat einen Läufer. Läufer, wisst ihr? Der hängt in der Luft und schwebt. Ja, hohe Räume schweben. Hey. Oh, ho, ho.